Ich war mal Mitglied der AfD, war auch für die AfD im Landtag in Magdeburg, also Sachsen-Anhalt. Habe dort auch natürlich gekämpft für mehr Bürgerbeteiligung. Und jetzt haben wir natürlich gerade ganz groß das Thema transatlantische Beeinflussung, Fremdbestimmung, Krieg in Europa. Das ist heute hier unser Thema. Heute aber nicht mehr als AfD-Vertreter, sondern als freier Bürgerrechtler. Also Motto ist ja heute ganz klar Ami-Go-Home. Ein sehr altes Motto, ehemals aus dem linken Lager, 15, 16 Jahre. Und wir sind eben der Meinung, dass alles, was gerade in Europa geschieht, die Kriegstreiberei, die Auseinandersetzung, der Konflikt, der Krieg in der Ukraine, seine Ursache mindestens teilweise hat. In der Agenda der US-Amerikaner beginnt bei Maidan acht Jahre Bürgerkrieg in der Ukraine. Und wir denken, das hat mit transatlantischer Beeinflussung und Agenda zu tun. Also möchten wir gerne, dass Deutschland, dass Europa sich dem entzieht. Wir brauchen in Deutschland keine Besatzungstruppen mehr. Wir möchten endlich ein freies, souveränes Deutschland. Haben wir was zusammen, ja? Klappen zu weit. Danke sehr. Danke sehr. Danke. 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 Vielen Dank.